Der britisch-schwiedische Pharmakonzern AstraZeneca und die Universität Oxford haben einen Durchbruch bei der gemeinsamen Entwicklung eines Corona-Impfstoffs gemeldet. Nach Angaben des Unternehmens zeigt der Impfstoff im Durchschnitt eine 70-prozentige Wirksamkeit gegen das Virus. Dies sei in zwei unterschiedlichen Studienabschnitten belegt worden. Man sei sehr zufrieden mit der hohen Effektivität des Impfstoffkandidaten, hieß es aus dem Forscherteam. Die Wirksamkeit geht aus Zwischenergebnissen klinischer Studien in Großbritannien und Brasilien hervor. Bei der Gabe einer zunächst halben Dosis und einer weiteren vollen einen Monat später betrug die Wirksamkeit 90 Prozent, bei zwei vollen Dosen dagegen nur 62 Prozent. Bei jenen, die bei der Studie den Impfstoff erhalten haben, habe es keinen einzigen schweren Krankheitsverlauf nach einer Infektion gegeben. Der britische Premierminister Boris Johnson bezeichnete die Mitteilung als fantastische Nachricht. Es seien unglaublich aufregende Nachrichten, dass sich der Impfstoff aus Oxford in Studien als so wirksam erwiesen hat, erklärte Johnson auf Twitter. Großbritannien will mit ersten Impfungen noch vor Weihnachten beginnen. Das kündigte Gesundheitsminister Matt Hancock im BBC-Fernsehen an. Der Großteil der Impfungen soll seinen Worten nach dann von Januar bis März erfolgen. Und wir hoffen, dass wir irgendwann nach Ostern wieder allmählich zur Normalität zurückkehren können, sagte Hancock. Der gemeinsam mit der Universität Oxford entwickelte AstraZeneca-Wirkstoff gehörte bereits seit Längerem zu den vielversprechenden Kandidaten. So hatte die EU bereits vorab bis zu 300 Millionen Dosen davon bestellt.